Ich mache den Kanal nicht ausschließlich nur weil es Spaß macht, nur weil ich gerne viel rede, ich rede gerne viel, nur weil ich gerne auf Selbstdarstellung gehen möchte oder sowas oder nur weil ich ausschließlich Mehrwert liefern will, das ist es leider auch nicht. Es ist, wenn auch nicht jetzt, heute, aber langfristig vorgesehen, dass dieser Kanal natürlich auch zum Erfolg der Agentur beiträgt. Ich gebe heute so ein Strategie-Paper, so ein Change-Strategie-Paper bei der Bank ab, bevor wir zu DiEM Expo fahren, DiEM Mexiko, wo ich über 20, 30 Word-Seiten, sind aber nicht alle voll geschrieben, diejenigen Schlüsselschritte aufdröseln, die wir jetzt tun müssen mit und ohne Finanzierung, um die Agentur zu werden, um diese große, um auch diese wirklich führende Agentur in unserer Nische zu werden. Gekoppelt an ein paar KPIs, an ein paar Umsätze und an eine bestimmte Größe und eine bestimmte Bekanntheit in diesen 20 Seiten, warum erzähle ich es nicht einfach mal, bietet sich doch gerade an. Das sind die Strategie-Überlegungen zu unserem internen Change-Prozess hier. Warum Change? Wir verändern uns als Agentur. Das heißt, ich habe Ende 2013, ich habe es jetzt 100 Mal erzählt, die Tage, weil so viele Bewerber da sind und jedem erzähle ich natürlich kurz, wie es gelaufen ist. Ich habe Ende 2013, ich sollte das Video einfach mal ablaufen lassen, ich habe Ende 2013 die Agentur gegründet, Textagentur. Es war, SEO war eigentlich total eingebrannt in meinem Kopf, wir sind eine SEO-Textagentur im Endeffekt. Wir ballern Content für kleinere, mittlere Online-Shops, für größere Plattformen, versuchen möglichst schnell auf Masse zu gehen, werden groß und so weiter. Ich stelle aber nach zweieinhalb Jahren fest, dass sich der Markt drastisch ändert, dass Qualität verlangt wird und dass vor allem strategisch und konzeptionell eigentlich sehr viel nachzudenken ist, bevor tatsächlich so ein Inhalt entsteht. Also überlegen wir uns in Richtung Content-Marketing zu gehen. Wir gehen in Richtung Content-Marketing, entwickeln uns zu dieser Content-Marketing-Agentur, wie sie jetzt ist, konzeptionell und operativ stark, strategisch gerade im Ausbau. Und wollen uns weiterentwickeln in den kommenden zwei, drei Jahren zu einer, keine Ahnung, was wir sind eigentlich. Jeder wird uns anders nennen und keine Ahnung, was wir sein werden. Auch das wird jeder anders sehen. Ich nenne uns mal in der Zukunft, das heißt so in circa, je nachdem wie schnell wir sind in ein bis zwei Jahren, eine Digitalagentur mit Content-Fokus. So die Richtung. Warum Digitalagentur? Weil wir Creative anbieten, weil wir Middle-of-the-Funnel-Marketing anbieten, weil wir Paid anbieten werden, weil wir Inbound, Conversion-orientiertes Marketing anbieten werden, teilweise auch schon tun. Und uns über den Sales-Funnel hinweg, uns über den Marketing-Funnel hinweg breit aufstellen wollen. Strategischer Exkurs. Warum? Mit Patrick viel darüber gesprochen, selber viel darüber nachgedacht. Sven Schmidt hat es wohl, ich weiß jetzt nicht, ob ich es angehört habe oder nicht, aber Patrick hat es mir erzählt, letztens in einem Podcast erwähnt. Und was auch rein logisch ist, was passiert eigentlich mit den Agenturen, wenn es zu einem Abschwung kommt, wenn es zu einer Rezession kommt, wenn die Wirtschaft schwächelt. Und wenn sie so schwächelt, dass die Unternehmen oder die Verantwortlichen, die Budgetverantwortlichen sich tatsächlich ernsthaft Gedanken machen über ihre Budgets. Was passiert? Es werden Kreativleistungen gestrichen und diejenigen Leistungen, jetzt auf Agenturen bezogen, und diejenigen Leistungen, die tatsächlich was einbringen, alles bringt was ein, im Endeffekt, wenn es gut ist, aber möglichst kurzfristig und transaktionsorientiert was einbringen. Das heißt, die Leistungen, die unten im Funnel eher angesiedelt sind, wie Conversion oder Inbound, das sind die zwei Komplexe, B2B und B2C. Das ist eher das, was bleibt und je weiter du hoch im Funnel gehst, je weiter du oben im Trichter bist, desto wahrscheinlicher, dass solche Leistungen gestrichen werden. Und wir möchten uns halt echt so absichern, dass wir auch strategisch gut fahren und dass wir im Zweifel, wir möchten diese Kreativleistungen dazunehmen, aber wir möchten halt im Zweifel eben auch ein Gegengewicht dazu haben, nämlich die Inbound und Conversion-Leistungen, die uns den Arsch retten, wenn es hart auf hart kommt. So, und dann habe ich die wichtigsten Punkte eben definiert, die uns jetzt, dieses Jahr machen wir wahrscheinlich 1,7 Millionen Umsatz. Wir haben starke Wachstumspläne für 2020, irgendwas, es ist noch nicht ganz festgezurrt, wir sind gerade dran, Q4 kommt, da wird alles stehen, aber so wieder 100 bis 150 Prozent und was müssen wir tun, um im Umsatz so zu wachsen, was müssen wir aber auch tun, um überhaupt diese Agentur zu werden, die wir werden wollen. Und da habe ich hier ein paar Bullet Points stehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen sind das. Eigentlich fehlt hier das Thema im Inhaltsverzeichnis, das nehme ich noch mit rein, so dann wären es glaube ich 9. Was müssen wir machen, was müssen wir tun? Und ein kurzer Vergleich auch zu damals, was mussten wir damals tun? Damals, als ich gestartet habe, ja, was mussten wir tun? Wir mussten, oder ich musste Sales machen, hart, aggressiv Sales. Ich habe das ganze Netzwerk penetriert, das ich hatte, ich habe jeden angerufen, den ich kannte, ich habe die Leute angemeldet, die ich kannte, ich habe geguckt, was hatte ich in der Vergangenheit für Kontakte, für Geschäftsbeziehungen und ich habe natürlich diese große Maßnahme Xing hyperaggressiv über drei Monate gefahren, um Direktnachrichten zu verschicken, um jeden Marketingmanager in Deutschland Scheiße nochmal anzuschreiben oder einen Haufen von den Marketingmanagern in Deutschland und Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Das hat funktioniert und hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir aber dort, wo wir jetzt sind und wollen ganz woanders hin. Wo stehen wir? Wir stehen dort, wir haben ein Team, wir haben Abteilungen. Unsere Firma besteht aus Marketing, aus Sales, aus Service, aus Administration, sagen wir, und aus Finanzen, Business Development, Geschäftsführung. Und das ist ein Mega-Asset. Wir haben eine Plattform, wir haben ein Fahrzeug, wir haben da was aufgebaut, womit wir uns jetzt eine Richtung strategisch aussuchen können und in diese Richtung Vollgas geben können, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und um diesen nächsten Schritt zu erreichen, müssen wir Folgendes tun. Wir müssen umfangreiches digitales Marketing aufbauen zur Selbstvermarktung, dass wir zukünftig Money in voller Verantwortung übernehmen. Wir wollen hier wirklich diejenige Content-Agentur, Schrägstrich Content-Marketing-Agentur, Schrägstrich Digital-Agentur mit Content-Fokus werden, die das umfangreichste Eigenmarketing hat, quantitativ und qualitativ umfangreichste. Das ist ein mega Ziel, das wir uns gesetzt haben. Das wird jetzt dauern, bis wir dort hinkommen, aber wir werden viele von euch hoffentlich da abhängen in der Suchmaschine und in der Sichtbarkeit. Was heißt von euch oder von den Agenturen? Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Wenn wir das gut machen, in den kommenden Monaten schon mal den Grundstock dafür legen, wird in den kommenden Monaten, je nachdem wie schnell die Meilensteine erreicht sind, wie schnell die Ziele erreicht werden, wird die Sales-Abteilung vergrößert werden müssen. Wir haben zwar jetzt schon jemanden ausgeschrieben und wenn wir jemanden Cooles finden, nehmen wir den auch, aber wir sind jetzt nicht im Druck, dass wir unbedingt eine Stelle besetzen müssen, sondern hier warten wir wirklich auf den oder die Richtige. Was ist als nächstes? Wir haben Marketing, wir haben Sales, natürlich kommt Service. Wenn wir im Marketing gut arbeiten, wenn Sales verkauft, dann landen die Projekte in Service und Service muss die nun mal abarbeiten. Das heißt, zum einen müssen wir im Service neue Services einführen, das machen wir gerade mit Design, das möchten wir zukünftig mit Inbound-Marketing, das möchten wir zukünftig mit Page, das möchten wir zukünftig mit einer eigenen Social-Media-Unit schaffen. Das heißt, quantitativ Services erweitern, aber auch qualitativ, indem wir für unsere im ersten Schritt Schlüsselmitarbeiter, das heißt diejenigen, die irgendwelche Arten von Leads oder Führungspositionen übernehmen oder übernehmen sollen, Weiterbildungen anbieten. Und zwar wirklich qualitative fundierte Weiterbildungen, die nicht nur in Anführungszeichen hier oben beim Content-Marketing ansetzen, sondern die basisvoll abdecken mit was ist digitale Transformation, Digital Leadership und, 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 und. Gut, dann laufen die Services also, aber auf was für einer Basis muss das Ganze stehen, auf was für einer Basis muss Marketing stehen, auf was für einer Basis muss Sales stehen, auf was für einer Basis muss Service stehen, auf Prozessen. Auf Prozessen, auf Strukturen, auf Tools, auf einer perfekten Planung der Ressourcen und Kapazitäten. Das bedeutet eine Auswahl von Tools, das bedeutet eine Auswahl von Management-Prozessen, das bedeutet eine Auswahl, eine Definition von Prozessen mit allen Beteiligten. Und das schaffen wir nur, indem wir strategisch wichtige Positionen besetzen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe nicht alles so richtig im Kopf, aber die strategisch wichtigen Positionen sind zuallererst eine Art Operations Manager. Wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert, abteilungsübergreifend dafür zu sorgen, dass in jeder Abteilung die Prozesse, die Ressourcen, die Teams, die Tools, wirklich die Strukturen, alles stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der dafür sorgt, dass die Abteilungen untereinander vernetzt sind und entsprechend einerseits agil und andererseits halt vernetzt miteinander arbeiten können. Das ist der Operations, der oder die Operations Manager, Operations Management soll eigentlich die Anni übernehmen. Dann ist der nächste Punkt der Key Account Manager. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Firma führen wir ein Account Management ein. Das wird jetzt auch so ein agil, chaotischer Prozess à la Damir. Das heißt, Tim ist eigentlich Sales Manager oder Business Development Manager und steigt jetzt ein ins Account Management. Und das wird so ein fließender Übergang, bis wir jemanden eben auch haben, der Sales, der seine Aufgaben komplett übernimmt. Da steigt jetzt zwar auch die Zoe mit ein, eine Werkstudentin, die hier unterstützen wird, aber wir brauchen hier deutlich mehr Kapazitäten. Das heißt, der Key Account Manager, der sich dann darum kümmert, die Kunden wirklich nochmal zusätzlich zu verstehen, die Kunden strategisch weiterzubringen, das Projektmanagement und die operativen Teams, die an den Projekten arbeiten, zu unterstützen, als auf einer anderen Flughöhe, ein bisschen strategischer und der natürlich die Beziehungen zu den Schlüsselkunden vor allem festigen soll und im Endeffekt, und es geht um Geld auch, die Customer Lifetime Value erhöhen soll. Das heißt, wie viel Geld verdienen wir im Durchschnitt auf eine Gesamtlaufzeit, auf unsere durchschnittliche Gesamtlaufzeit mit so einem Kunden, auf drei Jahre, auf vier Jahre, was auch immer, wie viel Umsatz machen wir. Das ist X, also muss da eine Schippe drauf, weil es lässt sich alles optimieren. Das ist der Key Account Manager. Der HR Manager, der oder die HR Managerin, ist aktuell noch nicht notwendig. Ich bin im Endeffekt, vor allem, was jetzt diese neuen strategischen Stellen wie Social Media, Marketing Manager, Marketing Texter, Grafiker angeht, da bin ich der HR Manager, da lasse ich mir die Termine reinspielen, der Prozess läuft über Mara Leo, landet das Ganze bei Patrick, wir machen die Auswahl, Patrick macht die Termine und dann sitzen wir zusammen mit den Leuten da und sprechen. Das heißt, ich bin wirklich voll involviert, ich möchte den Leuten in die Augen gucken, ich möchte wissen, wer hier demnächst anfangen soll. Das schaffe ich bei fast den meisten Leuten, die hier anfangen. Aber wenn wir das Wachstum, was wir nächstes Jahr erreichen wollen, tatsächlich hinlegen und in Q1, Q2 sich schon abzeichnet, dass wir gut dabei sind, dann werden wir nächstes Jahr auch stark in Mitarbeiterzahl wachsen und müssen. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass der Prozess von Mara und von Leo sowieso von Mara weg muss, von Patrick weg muss, bei mir aber kleben bleiben muss, aber deutlich effizienter, weil ich will immer noch derjenige sein, der vor allem bei den Festangestellten mitentscheidet, wer angestellt wird und wer nicht, dann muss ein HR Manager her. Und dieser HR Manager ist für mich eigentlich, wie es Patrick so schön gesagt hat, letztens auch, oder war sein Input, muss eigentlich eine Art von Happiness Manager sein, muss jemand sein, der sich darum kümmert, dass wir neue Leute bekommen, dass wir unsere bestehenden Leute halten, der ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wo es gerade brennt, einfach nah an den Leuten nochmal arbeitet. Das versuche ich gerade nebenher und ich denke, ich mache das auch ganz gut, aber es ist immer gut, noch einen Zweiten zu haben, der das macht. Das ist der HR Manager und dann haben wir den Education Manager, das ist im Endeffekt genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Ne, habe ich nicht, die Weiterbildung, die kommen noch. Der Education Manager, der muss im Endeffekt dafür sorgen, dass hier intern Wissen reingebracht wird, dass intern Wissen ausgerollt wird. Das wird Manni übernehmen. Manni wird nämlich neben seiner Funktion als Marketingleitung im Endeffekt, als Head of Marketing, wird er diesen Education Part übernehmen. Das heißt, alles, was er auch für sich an Wissen, an Content, an Inhalten, an Know-how generiert, fürs Marketing selbst und was ihn weiterbringt, werden wir selektiv entscheiden, was ins Team nochmal rein muss. Das wird also ein Weg des Wissensaufbaus hier in der Firma. Manni wird aber daneben auch noch, und Service hatten wir vorhin genannt, an den Services mitarbeiten, weil natürlich Marketing, Weiterbildung und Service wiederum auch eins sein müssen und wir daraus halt sehr gute Erkenntnisse ziehen können. Wow, das Video wird lang. Einführung der OKR-Management-Methode, Objectives and Key Results. Was heißt das? Das bedeutet im Endeffekt, dass wir versuchen, Entscheidungskraft und dass wir versuchen, vor allem operative Entscheidungskraft ins Team hineinzugeben. Und weg von mir und weg von Patrick und weg von den Heads, um deutlich näher an der Realität zu sein, was Stufen, was Steps angeht, die zum Erfolg führen, was auch quantitative Steps angeht, die zum Erfolg führen. Und im Endeffekt, wie funktioniert so ein System? Ganz grob. Ich fange auch gerade an, mich damit zu befassen. Ich bin total davon überzeugt und ich weiß, dass wir das für unsere strategischen Themen erstmal einführen müssen. Nicht unbedingt für operativ, für Services. Das System funktioniert im Endeffekt so, ganz einfach erklärt. Sonst guckt bei Murakami, Hammer Agentur, Hammer E-Book, Geld dafür bezahlt, richtig gut. Und werden da wahrscheinlich auch ein Seminar oder ein Workshop oder irgendwas machen. Die Objectives werden definiert. Das sind die übergeordneten strategischen Ziele, die quartalsweise beziehungsweise auch jährlich erreicht werden sollen. Aber es wird auf Quartalen gemessen. Das sind quasi die Sprints, wenn man so will. Die Objectives werden durch das Management, durch die höhere Management-Ebene, durch die Geschäftsführung, was auch immer, vorgegeben, entschieden, entwickelt, hineingegeben ins jeweilige operative Team. Und das operative Team befasst sich mit diesen Zielen und entwickelt die Key Results. Das heißt, welche Schlüsselergebnisse müssen erreicht werden, mit welchen Aufgaben, die sich daran koppeln, um auf dieses übergeordnete Ziel einzuzahlen. Die Ziele werden sehr ambitioniert normalerweise vorgegeben. Und eine Zielerreichung von 70 bis 80 Prozent ist schon mega zufriedenstellend. Hat auch was mit Motivation zu tun, aber auch was mit intrinsischer Motivation, weil auch eine Annahme des OKR-Management-Prinzips ist, dass man Mitarbeiter nicht motivieren kann. Man kann sie nur demotivieren oder aufhören, sie zu demotivieren. Und man sollte eigentlich möglichst versuchen, intrinsische Motivation zu generieren, die sich aus solchen Maßnahmen wie eben dem OKR ergeben kann. Mega interessant. Ich freue mich mega. Einführung von Units als Marketing-Element. Wir wollen eigentlich zukünftig unsere Zielgruppen, die wir haben, auch als eigene Units haben. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie das laufen soll, aber wenn man sich vorstellt, unsere Kunden sind Start-Ups und Grown-Ups, also wirklich noch im kleineren Umsatzbereich, im niedrigen zweistelligen Millionen-Umsatzbereich. Dann haben wir Mittelständler, die gehen dann darüber hinaus. Dann haben wir Konzerne, die sind richtig groß. Und dann wollen wir eigentlich auch für NGOs, für nicht rein profitorientierte Unternehmen tätig werden oder profitorientierte Unternehmen, die allerdings sehr aktiv einer sozialen Verantwortung nachgehen. Und das soll erst mal nur auf der Website umgesetzt werden, damit sich diese vier Zielgruppen auch dort wiederfinden. Zukünftig, wenn wir diese vier Units tatsächlich aktiv ausgebaut bekommen, sollen diese Units eigene Heads, weiß ich noch nicht, aber eigene Verantwortliche bekommen, die sich wirklich darum kümmern, die einzelnen Geschäftsbereiche auszubauen. So stelle ich mir das vor. Das sind eigentlich so Business Development-Leute, die diese Units ausarbeiten. Aber mal sehen, wie es tatsächlich kommt dann. Die Einführung von Weiterbildungs- und Innovationsprogramm. Das Weiterbildungsprogramm, das haben wir gerade angestoßen. Es werden bestimmte Leute jetzt, ich glaube fünf oder sechs, starten jetzt mit Weiterbildungen. Viel interessanter ist das Innovationsprogramm, das mir so im Kopf schwebt und von dem ich noch nicht genau weiß, wie wir es machen sollen. Aber im Endeffekt, Innovationsprogramm klingt mega krass, überdreht, überhoben. Am Ende soll es eigentlich nur darum gehen, dass wir AGs machen im Endeffekt und dann sagen, okay, Voice, wie ist es denn jetzt mit der Voice-Optimierung? Also gibt es tatsächlich schon realistische Schritte, die man anbieten kann, Service-Elemente, die man einführen könnte, um sich in dieser Nische, um diesen entstehenden riesigen Feld schon mal zu positionieren und wer hier intern interessiert, sich so stark dafür und hat das Potenzial und hat Bock in so einer Arbeitsgemeinschaft zu arbeiten, regelmäßig Ergebnisse hervorzubringen und die wir dann für Marketing, für Service und für interne Weiterbildung nutzen können. Mal gucken, was das genau wird. Und Business Development, das ist eigentlich so ein Thema, wo ich gerade dran bin, was ich mir gerade auf die Fahne geschrieben habe. Also irgendwie bin ich gerade so Unternehmensstrategie, Business Development und HR. Das sind so meine Aufgaben hier drin. Darauf konzentriere ich mich seit ein paar Wochen extrem fokussiert. Was heißt für mich Business Development? Ganz einfach kurz auf den Punkt gebracht. Agenturpartnerschaften. Wir haben schon eine Agentur, mit der wir wirklich geilen Umsatz generieren. Das heißt, die Agentur schickt uns Kunden. Noch nicht viele bisher, aber schickt uns Kunden. Wir bezahlen der Agentur eine Provision und haben echt jetzt einen fetten Kunden darüber gewonnen dieses Jahr. Agenturpartnerschaften, Software-IT-Partnerschaften, also wirklich noch mehr auf eine Partnerschaft wie zum Beispiel HubSpot zu gehen, weil wir ohnehin in die Richtung Inbound noch mal investieren wollen und HubSpot tatsächlich unser Partner bereits ist, dort mitzuverdienen. Lead-Partnerschaften, das bedeutet bei irgendwelchen Magazinen oder Speaker-Veranstaltungen, was auch immer, Partnerschaften einzugehen, wo man bei diesem Gatekeeper im Endeffekt, bei diesem Marktzugang eben an die Leute rankommt und idealerweise dort Kunden gewinnt auch. Und dann so das Thema Speaker, Personal Brand, das ist vielleicht nochmal extra eventlastig. Und Personal Brand, das Thema YouTube. Also natürlich mache ich, ich mache den Kanal nicht ausschließlich nur, weil es Spaß macht, nur weil ich gerne viel rede. Ich rede gerne viel, nur weil ich gerne auf Selbstdarstellung gehen möchte oder sowas. Oder nur, weil ich ausschließlich Mehrwert liefern will. Das ist es leider auch nicht. Es ist, wenn auch nicht jetzt, heute, aber langfristig vorgesehen, dass dieser Kanal natürlich auch zum Erfolg der Agentur beiträgt, dass er mich bekannter macht, darüber auch die Agentur selbst. Das heißt, die Personal Brand, wenn man so will, oder dieser Marketing-Ansatz, den wir hier in YouTube und dann in LinkedIn und in möglicherweise anderen Kanälen verfolgen, soll natürlich auch dazu beitragen. Mega kurzes Video. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Was müssen wir machen, um unsere Ziele zu erreichen? Was sollte man aber nicht machen, wenn man klein ist? Wenn man klein ist, sollte man einfach Sales machen, Umsatz generieren und dann, sobald es wirklich gut läuft, ein Teil dieses Umsatzes oder ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel in Marketing und Marke und Social Media und Content investieren. Was wir jetzt aber machen, weil wir ein deutliches Stück weiter sind, auch nochmal eine Finanzierung machen demnächst, ist umfangreiches Marketing, Ausbau Sales, Optimierung, Einführung neuer Services. Wir besetzen strategisch wichtige Positionen und führen lückenlose Prozesse und Strukturen und Tools ein, führen die OKR-Management-Methode ein, fangen an, Units zu kommunizieren, die führen wir noch nicht so richtig ein, führen Weiterbildungs- und Innovationsprogramm ein und ich konzentriere mich deutlich, deutlich, deutlich stärker auf Business Development, wie heute, da nehme ich die Chance wahr, treffe die Partneragentur kurz auf der DM-Exico oder wie sagt man das? und 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 ja das war es